Ich bin Sandy Magnus, Crewmitglied beim letzten Shuttle-Flug der Atlantis. Wir sind an die International Raumstation angedockt. Seit ich mit elf Jahren selbst angefangen habe, Fußball zu spielen, bin ich ein großer Fan. Und sogar hier hoch oben über der Erde können wir die Frauenfußball-WM verfolgen. Danke an Mission Control dafür, dass ihr uns über die Spiele auf dem Laufenden gehalten habt. Glückwunsch an alle Teams, besonders an die beiden Final-Teilnehmer. Die WM zeigt, was wir als Nation und Menschen erreichen können, wenn wir zusammen arbeiten und spielen. Hi, ich bin der japanische Astronaut Satoshi Furukawa, Teilnehmer unserer Mission hier auf der ISS. Ich habe die WM auch hier aus dem Orbit verfolgt und kann mich Sandy nur anschließen. Glückwunsch und Dank an alle Spielerinnen und Fans bei diesem großartigen Turnier. Now go USA! Go Japan! Ike! Nihon! Nareshika! Ready? Yep.